bewusst startplatz 12 in kauf genommen weil dadurch mehr auf der strecke los weil wir nach vorne fahren darauf freue ich mich schon sehr und damit hallo derseits und willkommen zum rennen aus russland die beiden renault und die beiden red ball die beiden force india die beiden mercedes waren in q3 müssen in q3 sein und alonso und der vettel die werden auch alle mit den rosa reifen starten mit q2 lila reifen ist niemand unterwegs gewesen bei seiner bestzeit ja drei punkte vorsprung auf alonso zwei punkte rückstand auf science beim wm stand verliert science sie gewinnt er eher na mal gucken das ist zwar nicht ideal aber am samstag gibt es noch keine punkte kühlen kopf bewahren und im rennen richtig durch starten nix pech bewusst so diesen zwölften platz hingenommen mal gucken ob es noch ein paar strafversetzungen gibt vielleicht ja von science hülkenberg und alonso das wäre doof aber schauen wir mal trocken soll es sein die ganze zeit ein wetterbild na dann teile werden nicht gewechselt wir legen los ich darf sie alle zum großen preis von russland begrüßen hier in sochi nicht weit von der georgischen grenze entfernt bereiten wir uns auf das rennen vor dass uns 2015 einen packenden thriller liefert eine kollision zwischen kimmy raikönen und walterri potas in der letzten runde das war damals zusätzlich für aufregung hoffentlich bleibt heute alles fair auf dem suchi orthodrom wird auf 56 prozent der strecke vollgas gegeben streckenlänge ist 5,79 kilometer und es geht vorbei am schwarzen meer durch den olympiapark der winterspiele 2014 zwölf rechts und sechs links kurven und die spannendsten davon sicherlich 1 und 13 denn das sind die gelegenheiten zum überholen wie gewöhnlich darf ich heute stefan römer an meiner seite begrüßen jetzt würde ich gerne mit dir über esteban okombe in dem wagen befindet sich ein neues getriebe was selbstverständlich eine startplatzstrafe bedeutet das verspricht eine menge zusätzlicher spannung denn wir müssen zusehen wie sie sich ganz langsam von hinten nach vorne kämpfen am ende ist es immer besser am anfang in den sauren apfel zu beißen statt dass man den grand prix nach der hälfte aufgeben muss hoffen wir dass das neue getriebe ihnen dabei hilft dass sie sich erhoffen sind da kaputt wir uns die ergebnisse des gestern hier auf 1 vorne die startaufstellung an bevor es los geht walterri botters startet von der pole position und daneben auf 2 steht sebastian vettel die restliche startaufstellung sieht wie folgt aus hamilton verstappen nico hültenberg und science junior peres alonso leclerc und der eis raikönen marknussen daniel ricardo und okon wegen einer früheren grid strafe wird er von weiterhin starten ericsson strong roman grosjean und brandon hattel gasly und sergey sirotkin am ende der startaufstellung jetzt wo die lichter jeden moment ausgehen wird es zeit zur strecke zu schaden jeff will ja nix will wieder mal nix sagen die ansage mit dem neuen getriebe im auto die hatten wir auch noch nicht meine ich das ist mir neu aber da sieht man mal wieder da hat das skript zugeschlagen und zwar nach einem alten muster nach dem muster alle wagen sind noch unentwickelt weil vorne stehen mercedes ferrari und dann red ball und mit einem riesen abstand renault dahinter das passt überhaupt nicht zum aktuellen leistungsgefilde jetzt sind die drei so knapp vor uns die beiden gelben und der ein orange ne ach ist das lustig dieses spiel weiß selbst nicht so ganz was es machen muss ich sag nur qualifying singapur technische probleme ich lasse es am ende beschwöre ich noch was daran glaube ich nicht aber hey lassen wir das einfach trocken soll es sein das haben wir schon gesehen an den autoeinstellungen möchte ich nix ändern sprit werde ich noch ändern und zwar werde ich punktgenau starten benutzerdefiniert halten die reifen einfach einen ticken länger und das war's schon die stehen viel zu nah vor uns die beiden gelben und orange ne naja wird schon unterhaltsames rennen werden weil wir so oder so irgendwann nach vorne müssen und die rosa reifen halten ja ziemlich lange also werden die nicht bald reinkommen also werden wir etwas spaß mit den haben und dabei wünsche ich euch viel spaß der stadtplan mist ich bin ja auf den rosa ist losgefahren wollte ich eigentlich gar nicht was ist denn wenn ich jetzt noch mal zum hauptmini zurückgehe dann müsste ich ja noch mal hier in die sequenz reinkommen oh gott das habe ich verschlafen ist jetzt zwar nicht so tragisch aber will ich nicht option drücken geht nicht geht nicht mal gucken was der feinste 2019 für spielereien mit sich bringt also gut sehen wir uns die stadt also frechheit hat er mir hohe reifen drauf geschnallt und ich habe es nicht gemerkt rennstrategie was sind wir denn eigentlich zuletzt gefahren also klar rosa und lila aber ich will mal die die runden wissen moment russland in saison 1 lila und dann rosa in runde 15 sind wir von lila auf rosa gegangen in saison 2 in runde 17 von lila auf rosa und in der letzten in runde 16 in der ersten saison also jeweils auf lila gestartet in der ersten in runde 15 dann 17 und dann 16 was machen wir heute womöglich runde 17 wenn ich das so sehe wenn jetzt 16 bei lilas vorgeschlagen wird dann fahren wir bis zu 17 also machen wir hier mal gelbe dann machen wir hier rosa dann gehen wir wieder zurück und machen hier lilas draus und schieben die rosas noch rüber genau dann sind die rosas prozentual laut berechnung besser als die lilas am ende ihrer lebenszeit ihrer einsatzzeit ich fahre bis runde 16 der kompromiss aus den bisherigen drei saison mittelwert gut also lila rosa jetzt muss ich noch den sprit anpassen und dann wünsche ich euch nochmal viel spaß laut jeff fahren wir heute wieder gegen alonso und gegen ricardo aber wir fahren heute gegen alonso und gegen gegen science gegen wen fahre ich heute kämpfen wir gegen folgende fahrer ricardo und alonso die reifen brauchen richtig temperatur das sind die härteren und ich will heute eine aufwärmrunde auf diesem platz platz 10 abschließen und zwar mit betonung auf abschließen selbst abschließen wetterbericht wetterbericht die reifentemperaturen der öffnet sich in 15 runden so jetzt werde ich hier bei den langsamen ecken nochmal auf den darreifen gehen ja die temperatur gefällt mir sehr ach jetzt habe ich den strom nicht umgestellt na mal gucken wie er eh dann eingestellt sein wird wenn es gleich wirklich richtig los geht ich bin beim strom leider auch nur auf die vier gegangen eigentlich wollte ich auf die drei ok halte die startampel im auge die startsequenz beginnt sobald alle fahrer in ich will den windschatten von alonso mitnehmen oh oie 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 schon auf der sechs schon ist science hinter uns schon sind alle wichtigen hinter uns Also Alonso ist hinter uns, Sainz und Hülkenberg glaube ich auch. Jetzt führen wir das auch noch an. Das WM-Geschwader. Das mit dem schlechteren Startplatz. Fährt der Perrischung Kampflinie. Ah, fährst du bitte mal? Das wäre höchst nett. Das Sainz greift nicht an. Man kann schon mal da außen. Ich bin viel zu weit weg. Das wird nichts mit dem Überholmanöver. Auch wenn der Abstand zum Vordermann vom Rosalie nicht gut ist. Aber wir stehen schlechter da. Ja, beide Renault hinter uns. Fahrer hinter mir. Sainz hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit neuen überweichen Reifen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1.38,7. Jetzt beim Anbremsen auch das Heck etwas leicht ausgebrochen, weil ich ziemlich spät auf der Bremse war. Jetzt will ich leider da ein Stück Anschluss nach vorne. Dann wird keiner mehr Bock auf hinter uns sein. Womöglich lasse ich da einfach jemanden vorbei und dann hänge wir uns hin rein. Jetzt gebe ich hier zu 4 Ressourcen aus. Aber jetzt ist er eh zu weit weg. Den Rosalie gebe ich da noch nicht. Vor allem, wenn der davon angreift, dann sind wir auch wieder im Spielen. Der ist zu weit weg. Jetzt wird er davon angegriffen. Und auch überholt. Ich hoffe, der Fassklappen kann sich nochmal ranhängen, dass sie da noch mehr Zeit liegen lassen. Passt schon. Am besten, ich hänge mich einfach da an den Fassklappen dran. Für den Rest des Dins. Das wäre schön schön. Das ist wieder näher dran als letzte Runde. Was wir wollen, reicht es bei ihm aber nicht. Wir bleiben in Schlagdistanz zu den beiden da vorne. Oh, wir hatten mal kurz die nächste Runde, oder? Von ist gerade die bislang schnellste Rennrunde gefahren. Nicht die Nase kaputt fahren, dann lasse ich ihn vorbei. Jetzt würde ich aber ganz gerne hinter dem einen Rennrund bleiben. Windschatten an DS genießen. Und da vorne vielleicht noch rankommen. Wäre schon schön. Sicherheitshalber gebe ich hier aber trotzdem nochmal anfangs volle Modi. Damit ich hier auf gar keinen Fall den Anschluss verliere und Hüttenberg vorbeifährt. Gut, reicht mir. Fahr rein zu mir. Hüttenberg liegt hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit alten, überweichten Reifen. Ihre Reifen sind drei Runden lang. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei eine Minute. Rihon-Poliz. Windschatten zu klein. Aber wir haben DS, das hilft uns bestimmt. Vor Hüttenberg zu bleiben, ist jetzt trotzdem ein. Schön auf die Nase aufpassen. Und dann seinst du anbleiben. Auch wenn der eh gleich gebremst wird, weil die da vorne ihm zu nahe kommen. Dann bleiben. Nee, nee. Nichts Überraschung. Der DS habe ich nicht. Hüttenberg ist nach der Aktion zu weit weg. Jetzt wird es eins aufgehalten. Hoffentlich fährt er nicht gleich vorbei. Das sind einige. Naja, die Mercedes und Ferrari. Vor allem der Ferrari von Vettel, der muss ja noch nach hinten. Der ist ja viel zu langsam. So, Hüttenberg wieder zu der Deck. Ach, Alonso ist es jetzt. Gut. Hat sich Hüttenberg mit der Aktion vorhin mit dem Überraschungsversuch ins eigene Bein geschossen. Kommen wir jetzt bestimmt zu nah ran. Deswegen fahre ich noch auf die Mitte. Wobei, hier noch nicht. Abschluss noch zu groß. Na, wobei. Zeigen wir mal kurz, dass wir da sind. Ups, weit in. Jetzt sind es eins vorbei. Und bestenfalls auch an den anderen drei. Und dann wäre es mal ein Puffer. Rechter gesagt, das ist getan, denn der Renner ist auf der geraden Spitze. Ja, das wissen wir nicht seit heute. Ah, schafft es. Jetzt kommt eine Linkskurve. Presst er sich da außen vorbei? Ja. Da muss ich mich noch gedulden, wenn ich meine Nase behalten will. Jetzt bin ich wieder zu weit weg. Hüttenberg wieder hinter uns. Den kriegen wir jetzt auch, wenn er, der es hat. Beide hat sich schon verdammt gut weg. Den kriegen wir nicht. Nächstes Jahr mit Hüttenberg davor. Äh, mit Sainz davorne. Ja, Hüttenberg und Alonso sind wir erst mal weiter weg von uns. Aber hier werden wir auch aufgehalten. Willst du mal da ausscheiden, oder was? Aber so, dass wir nicht drauf rasseln. Ich sag nur Spa, Ricardo und Sainz. Das ist schon der Gerd. Nicht, dass Alonso noch ausscheidet. Grüne Flagge. Müssen nämlich hinter uns sein, weil immer wir leben bloß das Ende des Oh, komm. Der gelben Phasen. Also muss das wer hinter uns sein. Oder war der vorn? Sagt, keine Ahnung. Sainz legt drei Plätze vor uns. Hat sich gut durchgearbeitet. So, jetzt dranbleiben, um selbst was machen zu können. Dafür muss ich viel näher ran, weil der Red Bull genießt einen sehr guten Windschatten. Aber das sieht erst mal nicht verkehrt aus. Aber jetzt zieht man hier davon. Jetzt kommen wir weiter dran, aber nicht viel. Den Verbremser konnte ich jetzt auch nicht locken. Abstand nach hinten ist ja gewaltig. Im Vergleich zu Sainz, was der gemacht hat. Jetzt haben wir massiv aufgehalten. Kampflinie bei Verstappen. Komm, hau doch ab. Muss ich aber dranbleiben für die Gerade. Macht's mir aber echt nicht einfacher. Bremse mich doch bewusst aus, damit ich jetzt hier weit genug weg bin. Nein, kriegt man hier nicht. Und Sainz fährt weiter nach vorne. So, dranbleiben für Stazier. Ich bin nicht da verschaltet, ey. Ich weiß es nicht. Jetzt ist der Wurm drin. Mann, 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 ey. Verschalte ich mich da? Nein, ziehen wir nicht. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Toll. Das war eine tolle letzte halbe Runde. Ich habe mich in diese Situation gebracht, da ich mich da verdrückt habe auf der MFA. Den Schaden werden wir reparieren. Sainz ist damit aber womöglich weg. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Okay. Ich merke den Flügel voll aus Tippermann-Bremsen. Da ging mal mehr. Lückenberg und Alonso sind auch durchaus drin, auch mit dem Stop. Aber Sainz ist kurz zu weit weg. Ja, er hat dann auch einen Reifennachteil, aber das sehe ich erst gerade schwierig an. Gut, wir werden eher reinkommen. Das ist geplant. Aber noch nicht jetzt. Alonso stellt sich hinten an. Dabei müsste er die letzten Rennen doch kannst du essen, was ich wolle fahren. Mit 87 Punkten Rückstand. Lückenberg tut sich schwerer als Sainz. Mir fehlt Abtrieb. Jetzt ist Hürkenberg vorbei. Ne, da ist er wieder. Er fährt jetzt rein. Dann warten wir die ersten Stops ab und haben da nicht so viele Autos zum Überholen. Na, außer die fahren halt schneller, weil frische Reifen. Aber allen voran haben die eine ganze Nase. Das ist das, was mir jetzt fehlt bei in Anführungszeichen freier Fahrt. So, jetzt habe ich auch das mal wieder gerichtet. Mir fehlt Abtrieb. Mir fehlt Abtrieb. Tattel gibt uns jetzt nochmal auf Stadstiel Windschatten. Also, DRS meine ich. Wird jetzt wohl abbiegen. Dann kommen wir rein. Wir müssen ja noch Nase wechseln. Das dauert ja noch. Ach ne, Messpunkt ist ja hier Nachstartziel. Stimmt, ja. Das ist ja so besonders im Ausland. Dass es da gleich zu Beginn von Runde 3 schon DRS geben kann. Weil hier erst der Messpunkt ist. Gut, trotzdem Gas geben. Der Pole Setter ist noch draußen. Mit noch rosa Reifen. Sonst gebe ich immer etwas weniger Gas. In der Cover, dann passt es auch. So, Flügelschaden wird er überriert. Genau. Dann müssen wir im letzten Stint überholen. Ansonsten wird es kein so guter Platz. Das wird schöner. Freue ich mich schon. Wieder ein Stück zu früh. Naja. Besser so als zu schnell. Und dann, ja, haben wir den Salat. Kimi kommt jetzt auch rein. Oh Mann, Alonso wird auch vorbeikommen, oder? Also, bei der Renault auf jeden Fall. Wir werden hinter Alonso, hinter dem Vettel da rauskommen. Fertig. Los jetzt. Fünf Sekunden länger gestanden. Immerhin haben wir jetzt Freifahrt. Für meinen Geschmack etwas zu Freifahrt. Damit haben wir unsere Strategie durch. Zu lange zu Freifahrt. Zulange zu Freifahrt. Zulange zu Freifahrt. So, aufholen. Alles geben. Reifen ausketschen. Erstmal etwas auf Tempo Autor bringen. Deswegen jetzt noch nicht volle Kanone fahren. Brutsam ans Limit gehen. Die Reifen sind ja grundsätzlich Sechstehntel schneller. Was in der Kurve schon drin ist. Und dabei sind die Reifen nicht mal wohl temperiert. Jetzt fährt sich sehr schön. Oh. Science wäre mir lieber. Im Sinne von, wir kriegen den im Rennen noch. Aber für die WM ist das nicht verkehrt. Wenn er jetzt mal wieder etwas besser entplatziert sein wird. Der Science. Mittelsektor lila. Jetzt wird gleich alles rausgequetscht, was wir haben. Genau das wollte ich gerade fragen. 6,4. Ja, okay. Alles klar, Jeff. Dann wollen wir jetzt da mal fleißig knabbern. Ja, okay. Etwas Sprit haben wir über. Und wir können die beiden Hubsgeraden hier auf Wett fahren. Das haben wir ja im Trainingsprogramm so geplant. 1,2 Sekunden gleich schneller als die bisherige eigene Bestzeit. Und zwar zwischendurch, wenn ich es richtig mitbekomme, aber auch mal ganz kurz die absolut schnellste von mir. Da sind schon die ersten Viertel und Alonso dürfte es sein. Es ist zweihens jetzt über die Linie. Da ist der Wagen jetzt schon fast vor ausgebauten. Alonso fährt trotzdem nicht ganz vorne mit. Was gibt es da vorne im Zweikampf? Hülkenberg jetzt vor uns. Der lahmt mit seinen technischen Problemen. Der auf lange Sicht ärgste WM-Rivale. Weil er schneller als Science ist. Nicht zu viel wollen. Da war jetzt einfach kein Platz. Das Renn kann man knicken. Scheiße. Ich dachte, der hat technische Probleme. Also weniger Leistung. Aber das war ja wie ohne Nase fahren bei ihm. Kacke. Große Kacke. Ich kriege höchstens noch Hülkenberg mit der Nase. Kacke, Kacke, Kacke. Damit habe ich jetzt wieder gar nicht gerechnet. Hm. Da sind wir ja schon wieder. So viel zu. Alles geben, alles rausquetschen. Naja. Hä. Mann, ey. Oh Gott, wie viele Autos das sind. Naja, Punkte können wir so knicken. Mist. Ob Science das Rennen gewinnen wird. Der hat 35 Punkte aktuell schon auf uns. Oder war es schon Hülkenberg, der Zweiter war? Los, los, los. Letzter. Sogar hinter den Williams und den Haas. Aber berundet werden wir nicht. Frische Pneus. Ich hätte den Sprit in der Box runterstellen sollen. Mal gucken, wie weit wir jetzt nochmal nach vorne kommen. Also Punkte werde ich mir abschminken können. Startest du den Kollegen? Das war eine Sekunde langsamer als unsere Bestzeit. So wie ich die noch in Erinnerung habe. Ja, 32,2 unsere Bestzeit. Also letzte Mal wird das Rennen auf keinen Fall beenden. Deswegen schnell nach vorne jemanden geholfen. Fahrer vor mir. Kriegen wir noch. Status Konkurrent? Na toll. Der Unterschied beträgt 46,3 Sekunden. Sie fahren mit 9 Ultra-Weichenberg. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,33,1. Der führt das Rennen an. Ach, das ärgert mich. Dieser Scheitelpunktbremse. Dieser Scheitelpunktbremse Hürkenberg. Hat der massive Bremsbalance-Probleme? Oder warum wird der denn gerade in der Kurve so langsam? Wenn es ja wenigstens auf der Geraden wäre. Aber das war mitten in der Kurve wieder die langsamste Stelle. Das war uns Podcast. Ein aspers, prizes waren wir uns. wird dennoch weiterhin Gas gegeben keine Frage Teile werden nicht geschont ich will jetzt einfach noch sehen, dass ich so weit wie möglich nach vorne komme, auch wenn es keine Punkte bedeuten wird mit den Teilen kommen wir schon bis zu so einem Ende Strapazierfähigkeit sei Dank die Reifen sind jetzt richtig gut temperiert da kommen die ersten beiden nicht wieder jemand drauf rasseln drei kaputte Nasen sind zu vier zwei sind schon zu vier Start aus dem Kollegen Ups, der Wagen auf einmal gegriffen also das Duell mit bis zu 30 Punkten das wird seins für sich entscheiden das ist jetzt klar ich würde gerne vor der Gegend gerade noch mal richtig reinkommen an die da aber damit überholen wir das definitiv nix so startst du hier muß einer her mindestens so startst du hier muß einer her 2 werde ich nicht schaffen glaube ich 2 werde ich nicht schaffen glaube ich Gut gemacht, super überholt. Ich gedenke an einen Volumes in Frankreich. In einer Kurve, das war pipi einfach. Gucken, ob das ja auch in einer Kurve sein wird. Aber aufpassen, die sind nicht so gut auf der Bremsage. Nein, nicht so gut. Nicht, dass ich da wieder drauf rassle. Fahr die Kurve bitte weiter ausnahm. Oder ich fahre jetzt irgendwie vorbei. Ne, schaffe ich nicht. Also gesehen in Singapur ist das Renn schon mal interessanter als Singapur, weil wir überholen können. Wobei Singapur bockschwerer war. Den haben wir jetzt auch. Den werden wir auf der Geraden auch haben. Weiter auszunehmen, damit ich hier vorbei kann. Magnus als nächstes. Oh, da vorne ist schon Hüttenberg. Schaut mal, der gelbe Punkt. Wir fahren gleich noch sechs Runden. Sechs und der Rest von dieser. Hier geblieben. Also, wir fahren jetzt mal. Einfach dann bleiben auf der Grabe, bekommen wir ihn. Ich war bewusst aus dem Windschatten raus. Und ich jetzt hier nicht vom Gas gehen muss, muss ich aber, Mist. Na, willkommen haben wir ihn trotzdem. Hüttemberg muss ich mit den zweiten Volumes herumschlagen. Jetzt müsste der zweite Volumes sein. Wenn er bisher was einen überholt. Gut, müssen wir auch, aber für ihn geht es eher weiter nach hinten. Für uns nach vorne. Seidenberg, du hast schon einmal die Nase ruiniert. Mit einer massiven Bremsaktion, ja? Gut, du bist ja auch Kampflinie gefahren, aber das war arschlangsam. Du bist ja wieder verdammt langsam. Hast du Brems-Banaus-Probleme, oder warum fasst du die Kopf so langsam? Ich meine, wenn solche Probleme sind, können wir auch die Software betreffen. Dann hat er Probleme mit der Einschränkung für die Brems-Banaus. Da ist Strahl. Wenn wir Glück haben, oder uns ganz klar anschauen, vielleicht wird das jetzt auch noch ein Punkt. Bleibt dran, wer weiß, was noch passiert. Vielleicht stellt ihr doch noch jemand aus. Der ist seins vielleicht. So, hausend bin ich halt noch raus. Jetzt wieder rein. Und vorbei. Kimi von uns. Platz 12, dann kommt erstmal nix, aber wer weiß, was da vorne noch passiert. Die behindern sich vielleicht noch und dann ist noch ein Punkt drin. Weil da fahren welche zusammen. Zusammen sind wir von nah beieinander, nicht ineinander. Zusammen hinein. Fettkampflinie. Ja, zur Linie. Fettkampflinie. Ich hasse das. Beim Kurvenausgang auf die Bremse gehen. Jetzt kommen wir nicht mehr rein. Ich habe das Gefühl, meine Lenkung ist schief. Boah, ich kann das Rennen nicht so nicht beenden. Schaut mal, wie wir hier verlieren. Oh Mann, ey. Die anderen haben es doch auch hinbekommen mit Kampflinie fahren. Warum muss er denn beim Kurvenausgang? Das wäre ja noch schlimmer als das mit Hülkenberg. Vom Gas gehen. Oh Mann, ey. Ich fahre die letzten Runden so nicht zu Ende. Platzierungstechnisch wäre es zwar vielleicht besser, aber nee, er ist ja ein Graus. Drei Stops in Russland. So viele neue Nasen. Letzter. Hätte ich auch nicht mit der kaputten Nase geschafft über die Runde. Jetzt fahren wir mit einem leichteren Auto nochmal besser. Haben wir überhaupt noch rosa Reifen, die relativ frisch sind? Die aus Q1? Ne, noch frisch. Wir haben ja Q3 gespart, wobei die waren ja eh weggenommen, die Q3 gesponnenen Reifen. Naja. Jetzt sind wir doch hinter Hülkenberg. Und auf jeden Fall auch hinter Sirotkin. Ich bin zu früh nach links. Was für ein komisches Rennen. Und Science auf der 1. Start ist Konkurrent. Carlos ist Spitzenreiter. Platz 1. Sie fahren mit alten Ultraweichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1.33,5. Start ist zum Kollegen. Fernando derzeit auf P4. Sie fahren mit alten Ultraweichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1.34,0. Den Abstand nach vorne will er uns aber nicht verraten. Über eine Minute wird es wohl sein, ne? Wenn Jeff das nicht ansagt, aber das könnte er doch auch ansagen. Der Abstand beträgt über eine Minute. Wenn er nicht schon eine Minute 5, eine Minute 10, eine Minute 15 sagen kann. Naja, im Normalfall sind wir nicht so weit hinter dem Teamkollegen. Hinten kommt Science an. Was in dem Rennen haben mich langsame Autos in Kurven ganz schön überrascht. Hüttenberg in der Kurve. Und Kimi Ausgangs der Kurve mit auf die Bremse steigen, ey. Weil ich das einfach hasse bei der Kain. Ja, er ist Kampflinie gefahren. Der Kimi aber doch nicht am Kurvenausgang. Da geht man nicht auf die Bremse. Auch nicht beim Kampflinie fahren. Hm. Es ist nicht neu, aber... Es ist nicht so, dass das jedes Mal passiert, wenn... ...man mit der Kainer-Kurve kämpft. Jetzt kam es mal wieder und es hat mich auf den kalten Fuß erwischt. Nächste Runde wird die Beste angegriffen. Nächste Runde ist die vorletzte Runde. So, 715 Townsdale hatte ich gerade rückgestimmt. Mal gucken, ob ich das noch... ...kleiner werden lassen kann. Dann wird uns der Wagen jetzt leichter. So weit außen. Aber unter 7.10 Rückstand. Auf die eigene Bestzeit. Dann wollen wir mal. Wir haben noch zwei Runden Zeit zum Bestzeit drehen. Sainz geht vielleicht in die letzte Runde. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 18,6 Sekunden. Dann schon vier. Achtzehntel schneller, aber... Der Wagen ist jetzt sehr leicht. Wir haben noch Reserven für Sprit. Und die Runden sind halt sehr frisch. Für ein Rennenende sind die viel zu frisch. Hat ja fast schon was von Call of Rang-Modus hier. Sainz gewinnt gleich das Rennen. 30,6 Sekunden. Kann ich mit richtig viel anstrengende 29er hinknallen? Naja. Ja. 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 Ich weiß, für Call of Rang-Modus fahre ich viel zu wenig Sprit. Zumal ich gar nicht max habe. Aber die schnellste Runde wird uns keiner mehr nehmen. Immerhin das. Schön erwischt die Korn. Nochmal Bestzeit Schale Das Rennen hatte viel Potenzial Großartige Leistung von Renault, was für ein überzeugendes Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit Wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg Schnell sein ist eine gute Sache Aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren Falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren Hier kommen die heutigen Sieger und das war wirklich ein tolles Rennen Erfolg in der Formel 1 ist für dieses Team zwar nichts Neues mehr Aber sie kriegen nie genug davon Gratulation an das gesamte Team von Renault für diesen großartigen Sieg Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden Sein Vorsprung ist geschrumpft Sprechen wir über den Fahrer des Tages Stefan, wer ist dein Kandidat? Heute bringst du mich in eine echte Zwickmühle Aber ich glaube, ich entscheide mich für Pierre Gasly Ich bin für Ericsson Also schön, nochmal wieder Bottas und Perez auf dem Podium zu sehen Vor allem Perez Ocon ist ausgeschieden Perez holt da 15 Punkte mehr als in dem Kollege Aber was war das denn von Alonso? Der hätte hier doch mindestens Zweiter werden müssen Wenn wir schon hinten abfallen und eben auch Hülkenberg Und da wird Alonso bloß Vierter Das ist auch sehr enttäuschend Klar, unser Rennen ist noch enttäuschender Aber bei Alonso steht das in nicht viel nach Da, jetzt haben wir erstmal gleich auch noch die Führung verloren Sainz auf der 1 Dann Bottas, Perez, Alonso, Hamilton Starker fünfter, aber zwei Autos sind ja auch nach hinten Hülkenberg und wir Verstappen, dann kommt Ricciardo Vettel holt vier Zähler Und dann nochmal drei Zähler für sauber Auf der 9 Ericsson Leclerc auf der 10 Dann Pierre Gasly, Hülkenberg auf der 12 Hätten wir den Pierre Gasly noch bekommen? Der ist jetzt nicht so weit vor Hülkenberg Und Hülkenberg hatte Leistungsprobleme Ach Mann Kimi hinter Hülkenberg Stroll auf der 14 Sirotkin ohne Punkte Magnussen, Brandon Hartley Der Groscher auf der 17 Sirotkin Wir und Ocon auf der letzten Position Drei Stops bei uns Keiner hat ein zweister Brennen gefahren Dass hier die Wahrscheinlichkeit von 1. Brennen bei allen so hoch ist wie sonst nirgendwo Das war klar und wir machen drei Stops Mann Was für ein verkorkstes Rennen Alle auf lila Alle auf lila am Ende Außer wir Selbst die, die nicht in Q1 waren Wir und Kimi, wir haben beide jeweils was abbekommen an Verwarnung Die Mechanik war es bei Ocon Sainz und Alonso und Runde 1 und Runde 1 war ganz schön viel los Nur die Runde 1 hat den Ton angegeben Fahrer WM-Technik noch auf der 1 Fast noch ein Sieg Vorsprung Hülkenberg auf der 3 Da ist der Abstand genauso geblieben Alonso ist näher rangekommen Jetzt sind es noch 5 Rennen Suzuka Austin Mexiko Stadt Sao Paulo und Abu Dhabi 125 Zähler und Alonso hat 75 Zähler Rückstand 5 Rennen 3 Sieger Rückstand für Fernando Ricardo wird den Alonso nicht mehr bekommen, aber Alonso hat einen viel zu kleinen Vorsprung vor Ricardo Ocon auf der 6 Abstand zwischen Ocon Und Perez nur noch 21 Zähler Wenn er sich richtig, richtig anstrengt, dann bekommt Perez das noch hin Potters jetzt auf der 10 Vor allem Ferrari Aber hinter seinem Teamkollegen Und da deutlich Eriksson ist nach vorne, er ist auch an Kimi vorbei Was für eine Saison für Ferrari Würden wir nächste Saison noch fahren, dann wäre er für uns Ferrari Erstes Thema 9 Punkte Rückstand auf Renault Das kriegen wir noch gebacken Das müssen wir gebacken bekommen Nachdem ich die Startausstellung gesehen habe Mit den 3 Autos so weit hinten, die für die WM entscheidend sind Dachte ich ja schon Das wird ein halber Spaziergang Das wird zu einfach Das habe ich zumindest befürchtet Am Ende War es was ganz anderes Hier nochmal die erste wirkliche Kurve Wenn ich da wieder auf mich schaue Ich bin da wieder zu weit rechts gewesen Nach der letzten Saison Bin ich da, nachdem ich gemerkt habe Oh, da kannst du wieder innen vorbei Hier wird ganz schön aufgehalten Aus der Sicht von Science Nachdem ich da gemerkt habe Ich kann da wieder rechts ansetzen Habe ich da schon bewusst mehr Den Weg nach links gesucht Aber ich war immer noch zweit rechts Aber vielleicht weiter links gefahren Wir hätten diese oder so bekommen An der Stelle Insofern nicht ganz so schlimm Aber mal gucken Vielleicht ja in der nächsten Saison Fährt die Fummel 2 eigentlich auch in Russland Ich glaube ja, die fährt glaube ich auch in Russland Aber bis dahin ist es ja noch ein kleines Stück Ja und ansonsten bin ich wieder sehr verwundert Was Alonso denn gehen Beziehungsweise nicht gehen konnte Denn er hing auf Platz 4 fest Das finde ich sehr interessant Denn wir haben den besseren Motor Als Gesamtpaket als Renault Allerdings, ich denke mal, daran liegt es Wird Renault mehr Motorleistung haben Die haben das Ding schon komplett ausgebaut Und haben dafür einfach noch Defizite In Sachen Energierückgewinnung Benzinverbrauch Sogar noch das eher Aber das müsste ja dann eigentlich Wenn wir den Antrieb Die Motorleistung Das letzte Stück groß noch verbessern Behoben werden Dann sollte Alonso genauso wie Renault Auf den Geraden verdammt gut vorbeifahren Denn wir wissen Renault und wir Fahren beide den Renault Motor Und wenn die beide vorausgebaut sind Dann müssen die auf einer Stufe stehen Deswegen Finde ich Alonsos Leistung immer sehr seltsam Für den generell mit viel zu viel Abtrieb Oder wie darf ich das verstehen Hat er schon vermehrt Probleme gehabt Mit dem Vorbeifahren Ein schnelles Auto hat er gehabt Das hat man gesehen an der schnellsten Runde Abgesehen von unserer Hat Alonso die schnellste Runde gedreht Aber er hing fest Er kam einfach mal wieder Nicht vorbei Und das Rennen hätte ich auch Nach dem ersten Boxenstop Mit Nasenwechsel Noch um Carlos Sainz betten können Aber Es lief ja doch Einiges verkehrt Mit Türkenberg Und mit Kimi Wir haben sie erlebt Sainz holt vier Punkte Wir holen drei Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus Das Problem ist Sainz braucht noch drei Punkte Wie noch sechs Und gegenüber Alonso Gleichstand In diesem Rennen Weiterhin haben wir Drei Punkte Vorsprung Ja wir stehen Genauso da Im Vorteil Wie Sainz uns gegenüber Im Vorteil steht 24 zu 27 24 zu 27 Zum Glück haben wir in Singapur Das Team zu erreicht Das Vertragssilums Genau zu beziffern Ah das war nicht so viel Der letzte Vertrag der Saison Sieben zwei Der Rest ist soweit klar Beginn Hier können wir die Bedingungen Unseres Angebots anpassen Sechster Je ambitionierter Unsere Ziele sind Desto bereitwilliger Wird das Team Uns entsprechende Vergünstigungen einräumen Wir können zwar mehr Als nur ein Angebot Unterbreiten Aber wir müssen Dennoch vorsichtig sein Wenn ein angebotener Vertrag Dein Wert für das Team Übersteigt Wird das Angebot abgelehnt Passiert das zu häufig Bleibt uns nur noch Das ursprüngliche Angebot Soweit so klar Wir fahren den gleichen Vertrag nochmal Die Boni sind klar Die Rennplatzierung War mir viel zu niedrig Hat sich wohl An diesem Rennen orientiert Und Qualifyingplatzierung Generell etwas Hinter der Rennplatzierung Weil Script KI Ja das wird Unter unserem Wert sein Vertrag vorschlagen Oder auch nicht Sie lassen sich auf die Aktuellen Vertragskonditionen Nicht ein Versuchen wir es nochmal Ich meine Was Kümmert es mich noch Der Vertrag Das klingt Ganz schön hart Unbegrenzte Upgrades Pro Abteilung Betrifft nicht die Reklamouränderung Ne Ah wir haben ja noch ein paar Aber wir werden ja nicht Mehr als zwei ausbauen Denn Ah joho Da gibt es noch zwei was Und beim Motor Noch ein was Was sagt denn das Team dazu Gut Machen wir das doch mal Für die USA Damit Alonso sich etwas Wohler fühlt Denn er ist Nach uns die schnellste Runde gefahren Aber ist einfach Nicht vorbeigekommen USA In den USA Nein Das hätte ich ganz gerne Für Brasilien Damit wir immer noch Ein Rennpuffer haben Damit das klar geht Wir hatten noch nie Dass ein Fehlgeschlagenes Upgrade Fehlgeschlagen ist Beim nochmal anschieben Deswegen warten wir Damit noch zwei Rennwochen Ja und Team jetzt sogar noch Drei Da oben geht nix mehr Jetzt sparen wir eben noch Für das und generell Für unser Team Für die Zukunft Einfach so Teile tauschen Nö Das kommt rein Ist schon drin Das kommt nochmal rein Du kommst rein Du bleibst drin Und du kommst nochmal rein Gut dann steht das Schlechtestes Ergebnis Selbst hinter Monaco Oder Ich guck nochmal kurz Ja 15. in Monaco Mann Russland 19. Das sah so schön aus Jetzt mal abgesehen von Silverstone Immer auf dem Podium Nach Monaco Und jetzt Russland Na ja gehört halt auch dazu Gut Dann hätten wir das Kurz nochmal Konkurrenz gucken Klar hier waren wir nicht weit vorne Hier auch nicht Und hier hatten wir noch den Größten Vorsprung Vor Rennung Auf zum nächsten Rennwochenende Stimmt Ja Da war ja was Das habe ich ja erst noch im Das war Training Nicht erst im Qualifying angesprochen Soll ein neues Getriebe Montiert werden Ja Ist wirklich eine Komfortfunktion Wenn das Spiel nach Sowas fragt KI-Fahrerstufe In der letzten Saison Hatten wir hier die 92 Wir gehen auch hier Die 94 50 komplett Und endlich wieder Schön nach Reifen Farbe Rot Die nächsten sind die Gelben Die nächsten sind die Weißen So muss das Ordnung muss sein Was macht die Konkurrenz In der Entwicklung Wir sind noch auf der 1 Verlauf Will ich erstmal gucken Renault ist noch näher rangekommen Force India bekommt Konkurrenz Aber Force India steht gut da Auf dem Papier Auf der 3 Sauber Ganz nah dran Das ist ja ein cooles Duell Force India Red Ball Und sauber Ganz hinten geht es auch Engg zu Ferrari Ist da nicht weit weg Ist auch eine schöne Gruppe An sich Ferrari Williams Haas Und Torosso Aber Ferrari Ist noch deutlich Vor den 3 Dann gucken wir mal Ins Detail Hat uns hier irgendwo Renault überholt Nein hier nicht Die haben auch irgendwas Ganz kleines Nur gemacht Ich glaube hier sind sie Rangekommen Ne hier sind wir Hinten dran Okay Ja wir haben das Chassis Komplett ausgebaut Und Renault war Zu Beginn der Karriere Da besser Genauso wie bei der Aero Und beim Motor Müssten wir am Ende Gleichstand haben Wenn wir alles verbessert haben Insofern Finde ich es wirklich Sehr verwunderlich Dass Alonso solche Probleme Hat auf der Geraden Gegenüber Sainz zum Beispiel Der ist ja wunderbar Durch vorbeigekommen Obwohl wir Wenn der Motor Voll entwickelt ist Genauso wie Renault Da stehen sollten Mal gucken was die Nächsten Rennen zeigen Und bis zum nächsten Mal Macht's gut Und tschüss Tschüss Tschüss